Und das ist jetzt das Kleid, das ich dich auch gerne mal drinnen sehen würde, muss ich sagen. Es ist ein bisschen langweilig. Es passiert einfach nichts in diesem Video. Es ist einfach ein bisschen blöd. Ich habe ja schon angefangen, hinten die Dekoration umzustellen. Ja, ich habe den sechs Buchtitel herunterlesen, den sie hinten dran hat. Blind! Was ist jetzt da? Sussi oder der Song? Eben die Mischung von beiden. Mischung von beiden, genau. Bei mir ist es wegen der Einrichtung. Eine Fünfe. Die hatte eine gewisse Tiefe, die nicht so ein einfaches Leben hatte. Das sehen wir nachher. Gut, sie heisst auch Senec. Ja, du weisst, was sie arbeitet. Mit der Pro-Senec-Doute. Oh, unscharf noch. Kannst du das auch machen? Du hast eine kleine Dunschärfe. Kann man uns mal unscharf machen? Eine kleine Dunschärfe. Ja, das ist schön. Das toucht zu Hause. Ich bin überzeugt, die Leute haben Jüngerut zu Hause. Ja, gerade bei uns zwei. Schönen Anfang und einen guten Bogen bis zum Schluss. Absolut. Und die Unschärfe. Ja. Macht etwas unscharf. Ich war in Zyper einmal in den Ferien. Das hat genau so ausgekommen. Ich auch, aber ich war Zaya Natta. Das war das Problem. Ich auch. Und dann macht sie zum Erotischen die Augen halb zu. Das hasse ich. Eieiei, das war ein frecher Move. Beatrice Segli-Move. Also ich liebe Beatrice, aber diesen Move bringt sie nicht hin. Ich auch. Doch, das hasse ich. Für mich ist das... Sechse, bitte. Das ist die Hälfte. Ja. Es ist schön. Je nachdem, wie man es anschaut. Ah ja, je nachdem. Nein, also mehr gibt es nicht. Don't, don't last forever. Das ist eine nattelich ecklige Gedächtnisfrisur, oder? Schau, das ist wie das... Das gefällt mir. Das ist genau der gleiche Aufbau wie das letzte Mal. Nein, das ist nicht der gleiche Aufbau. Das gibt für mich ein Zähne. Jetzt gehe ich mal wirklich. Jetzt gehe ich höhere. Ziehe mit. Gell? Ja. Also solid. Das war jetzt eigentlich während dem Unserclip. Frauentechnisch ist das jetzt nicht... Es ist mir ein bisschen zu burschig groß. Aber... Eben. Also das ist... Go Pronto an der Kasse. Aber es ist super. Weisst, freundlich die vorkommenden, sie kann singen. Das ist gut. Ich war das ja das erste Mal im Operaball. Hat es gefallen? Ja, ich kann jetzt fliessend raus. Weisst du, wie blöd sieht es aus, wenn du den Rock in die Reinigung umbringst? 14,90. Das heisst, die Rock ist 14,90. Du musst in die Fischer Bettwarenreinigung bringen. Sonst sind die Einzigen, die genug grosse Dommel haben. Nein, jetzt... Ja. Es ist fast ein bisschen viel Einigkeit. Es ist... Ein bisschen viel Einigkeit. Aber es ist... Ein solides... Gut. Aber nicht mehr. Eines... Eines... I want it deeper, deeper, deeper... I want it deeper, deeper? Oder was singen Sie? I want a deeper love. Aber es gehört jeder das, was er will. Schätz dich mit mir! Ja, ja. Also ich fühle mich jetzt nicht zu angesprochen. Ich glaube, das bist du, ja. Komm... Come take me, go deeper, deeper. Ich bin im Seich! Ja, ich verstehe es. Und das ist jetzt das Kleid, das ich dich auch gerne mal drinnen sehen würde, muss ich sagen. So viel Geld kannst du dir gar nicht zahlen. Mit der Choreo. Büssi, das wäre jetzt etwas für dich? Wirklich? Ja, ich weiss jetzt nicht warum. Wahrscheinlich wegen dem Kleid, würde ich jetzt Angst haben, dass ich ihn so holen würde. Ja. Ja, es ist sicher keine Sury, wenn sie gehört, dass wir ihn am meisten bekommen. Nein, sie wird glücklich sein.